jo leute was geht ab und herzlich willkommen hier zu einem erneuten vlog auf unserem kanal der männerhort wieder im auto wieder unterwegs nach berlin heute nicht in die alte försterei aber ins olympiastadion zum union spiel die spielen in der konferenz league gegen makabar makabi heifer irgendwie sowas eigentlich nicht so ein wichtiges spiel aber wir wollten einfach mal hin und gucken dieser wieder so die stimmung ist unterwegs bin ich alleine ich fahre heute mit benito der blog wird übrigens geteilt in zwei tage weil wir morgen nach potsdam fahren nach babelsberg um genau zu sein da spielt nämlich babelsberg 03 gegen berliner ak wo nada djandawi mit spielt da waren wir letztes wochenende beziehungsweise letzte woche schon da haben die gegen tasmania berlin gespielt und 3-0 gewonnen da hat er uns sogar sein trikot geben damit die stimmung gemacht hier auch mal ein bild war ganz cool und dann sehen wir uns bei benito und dann sehen wir uns in berlin beim olympiastadion wir sehen uns beim olympiastadion hier sind alle da hier sind alle da hier geteilt olympiastadion kein schönes stadion lieber alte fesserei die stimmung ist nice was sagen sie tipp 30 wer macht die tore noch trimmel trimmelknöpsel also ich sage 60 60 60 mehr krank also erste bild ins stadion ist noch leer lehrte heute naja ist gut ja ja so ist es nicht einfach mal so ist es nicht einfach mal Europa-Pokal, 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 auf dem Rasen und auch auf der Tribüne. Das Olympiastadion ist rot. Berlin ist rot. Leute, das Spiel ist aus. 3-0 hat Union gewonnen. Was hast du getippt? 3-0. Alter, Zehner. Meine Haare sind doch klebrig wie Sau. Bei jedem Tor absolute Bierdusche. Aber so ist das. Ja, das ist so. Niemals vergessen, Eisern Union. Und falls Basti und Max das sehen, Hertha, fickt euch. Guten Morgen, Leute. Es ist 7 Uhr. Ich habe drei Stunden oder so gepennt. Jetzt geht es erstmal in den Zug und wir fahren mit Markus zusammen nach Potsdam. Ja, wir sehen uns im Zug. Ich bin komplett fertig. Wir sitzen gerade im Zug. Ich bin, wie gesagt, komplett fertig. Einfach 120 Minuten gestern durch. So viel Filmen konnte man auf jeden Fall nicht. Dann wollten sie immer, dass man die Handys runter macht. Die mögen die gar nicht. Naja, heute mehr Filme. Ich habe eine extra gute Kamera mit. Ich habe gestern auch schon gesagt, ich habe die Handys nicht mehr drin genommen. Oder irgendwie so ein paar Spielsinnfilme. Naja, wir fahren jetzt nach Potsdam. Was machen wir da? Achso, ich muss meinen Schlüssel holen. Ich bin komplett fertig. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Wir wollen auch mal ein bisschen Kultur hier reinbringen in den Block. Wir sind in Potsdam. Ist so schön hier für einen Herbstspaziergang. Ja, einfach schön. Auch mal die Natur genießen. Guckt euch das an. Wunderschön. Potsdam kann so schön sein. Ja. Cool. Immer das Doppelpilende. Das Pies am Start. Wir gehen jetzt was leckert essen. Entweder bei Peter Panne oder bei Hans im Glück. War eine kleine Review fertig. Lecker Schmecker. Die Speisekarten einfach wie so ein Buch. Aber das ist sowas ähnlich wie Hans im Glück. Ich weiß nicht. Gibt es auf jeden Fall Nutz-A-Burger. Ja, das ist das auch. Wie er in seinem Geschichtenbuch da reinguckt. Ja, komm, wir sind blättern hier. Wir haben jetzt bestellt. Gerade eben war das Blätter noch meistens. Es ist aber die Sonne weg. Und jetzt ist es ja ein bisschen keil. Ich habe hier einen Shutter-A-Burger. Mit Almitz. Also noch leckeren Soßen. Und eine Minzbrunnerschorle. Oder was weiß man, irgendwie so ein Cocktail. So ein Menü. Und dann gibt es danach noch eine kleine Nachtischung. Und ein Désert. Oder ein Heißgetränk. Oder irgendwie einen Frozen-Joghurt. Mal sehen. Wir werden jetzt verdrücken. Und dann geht es nachher im Stadion. Aber erstmal ein bisschen stärken. Damit wir nachher ordentlich Vollgas geben können. So, wir haben jetzt aufgegessen. Wir haben uns hier noch einen kleinen Latte Macchiato gegönnt. Fazit. Also der Burger war sehr geil. Die Pommes waren noch geiler. Die Pommes waren eine 10 von 10, würde ich sagen. Der Burger war so eine 9 von 10. Die Soßen sind todes geil. Diese, das ist gestern. Honig. Nee, Mango-Swee-Soßen. Mit der Macchiato-Getränk. Richtig cool für den Sommer. Schön, das sehe ich mir im Liegestuhl. Das sehe ich mir im Liegestuhl. Aber dann schön ist es jetzt vom Sommer. Dich vernaschen und dann schön bei Sonnenschein abstrahlend oder so. Cool. Also, Fazit. Cooler Name. Gerne wieder. Ich glaube, ich werde, wenn ich in Potsdam bin. Werde ich ab. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Stadion. Trägt noch schnell aus. Und dann sehen wir uns beim Einlass. Und singen eine schöne Hymne da zusammen. Dann singen wir in der Kurve. Wir sind da. Das Karl-Liedknecht-Stadion in Babelsberg. Die Heimstätte von Babelsberg 03. Aber heute sind wir definitiv für den BRK. Wir sind jetzt drin am Stadion. Hinter uns ist es schon. Die Spieler machen sich langsam warm. Babelsberg ist schon da. Aber BRK lässt sich auf sich warten. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Also, die Babelsberg-Fans machen heute einen Arm. Ist schon geil, wenn man so eine Szene hat. Aber trotzdem will er kein Wüksang. Vielleicht ist es ein Wüksang. Alles G Jerry! cra wavelength nicht so Azidek. BRK! BRK! Da geht mir noch einen hinterher im Keller. Also, weitermachen! 1-1! Ist das bitter! Ja! Schiedsrichter, weil vorher ein Freischuss, der kein Freischuss ist. Er hat so eine Scheiße! Spitzenreiter! 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 BRK! 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 So Leute, das war's wieder mit dem Video. BRK hat gewonnen. 2-1 glaube ich, ne? Spitzenreiter sind sie jetzt. Nächste Woche sind wir wieder da. Pokalspiel, da geht einiges mit Herzbrotter. Gutes Spiel gemacht. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Schaltet wieder ein, abonnieren. Like nicht vergessen. Like, 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 like.